Komm schon. Komm schon. Bleib bei mir. Wir sind fast da. Fast da. Fast. Fast, es ist nicht mehr weit. Gebt nicht auf. Niemals. Komm schon. Komm, Mac. Und was jetzt? Wir führen den Auftrag aus. Wir sind die einzigen, die uns davon abhalten können, Manticore einzusetzen. Wir sind nur drei. Gegen eine Armee. Das ist Selbstmord. Das stimmt. Aber er hätte es getan. Okay. Hast du eine Idee? Nur eine. Oh yeah. Alter, geil. Noch eine Mission mit den fetten Dingern. Alter, mega. Niemals. 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 Truppen zur Unterstützung schicken. Over. Verstanden, Kingpin. Es nähen sich mehrere Kampfboote. Ich sehe sie. Feuer frei auf diese Boote. Schön hochjagen. Okay. Hey, Alter, das ist nicht geil. Weiter auf der Überführung. Oh yeah. Oh. Oh, ich bin doch schon bei. Man. Boom, erwischt. Ey, das ist so geil mit dem Ding. Nice. Da kommen wir noch mehr gegen den Arm. Nice. Jetzt lohnt sich sie sich. Wir sind einfach ins Wasser, okay. Oho. Kingpin, wir sind unter der Oberfläche. Nähern uns dem Angriffspunkt. Achtung, 2, 1. Wenn Sie den Start nicht verhindern können, müssen wir die Kommandozentrale angreifen. Damit riskieren wir weitere Menti-Core-Kontamination. Aber das ist unsere einzige Chance. Wenn ihr das nicht stoppen könnt, dann verschwindet von da. Verstanden. Ich komme gerade vor wie ein Bioshock. Mit so einem fetten Anzug und dann unter Wasser. Da vorne ist die Bresche. Gideon, die Thermoanalyse ergibt Spitzen in der Kommandozentrale. Der Abschluss steht kurz bevor. Das schaffen wir. Ich finde das gerade einfach so geil. Ich hoffe, wir können noch gegen eine riesige Armee an Soldaten kämpfen mit dem Anzug, weil der Anzug ist. Ich finde der Anzug einfach so geil. Ich habe schon die ganze Zeit mit dem Zocken. Der Anzug ist einfach... Da kann eine riesige Armee einfach easy auseinandernehmen. Wie viel Munition hat das Ding? Warum haben die eigentlich so eine Treppe ins Wasser hier? Mitten in der Basis einfach mal so eine Treppe rücken ins Wasser, wenn man schön... Wenn man da keine Situation reinkommt. Verstehe ich nicht. Kontakt! Na, wer muck da auf? Du? Kleiner Splasher. Ich fick euch alle! Alter, komme ich mir gerade OP vor. Get rekt. Alter, das... Ich komme gerade vor wie ein Modern Warfare 3. Nur ein bisschen cooler. Bei Modern Warfare 3 kommt man ja auch am Ende... ... für einen Juggernaut anzubringen. Das ist natürlich gerade noch im Lenk geiler. Bäm, 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 bäm. Noll! Hat ihn direkt getroffen, aber nicht getötet. Was ist das denn gerade von der Augen gesehen gewesen? Na, wer muckt auf von euch? Schluck Raketen! Los, Bro! Die zerficken wir! Hard! Alter, ich feier das gerade. Wenn man hier einfach... ... alles auseinander nimmt, ne? Es wird doch komisch, dass sie keinen Mechanismus haben, um es auszuschalten. Weil wir kämpfen ja mit Anzügen von denen. Ich meine, so... Ich hätte mir ja gedacht, wenn ich so einen fetten Anzug baue, mache ich noch so eine Art Selbstverstörung rein, falls das Ding von einem Gegner übernommen wird. Also so hätte ich das zumindest gemacht, ne? Ich würde mal ganz kurz gesagt haben. Damit halt sowas hier nicht passiert. Dann stell dir mal vor, ihr seid so ein richtiges Genie, baut so einen Anzug, so einen mega fetten Anzug, und der wird da gegen euch verwendet. Ey, das ist irgendwie so abfackend. Da vorne sind ASTs, die zuerst erledigen! Boah, hat die auch die Zin vorgehabt? Ach, du Kacke, da kommt der ja wirklich! Oh, ne, was raus! Klasse! Die nerven gerade dezent, die ganze Kleine, die Fußvoldaten! Oh yeah! Lass den Hitmarker explodieren! Alter! Dass sie noch leben, ist ein Wunder! Ja, war wirklich ein Wunder. Alter, ich konnte nicht in Deckung gehen. Da vorne sind ASTs, die zuerst erledigen! Aber wie viel hält der aus? Immer diese scheiß roten, ne? Was willst du, hä? Was willst du? Die schlucken aber auch ne Menge. Wo war denn jetzt der andere Fette hin? Der war doch hier irgendwo, oder nicht? Klasse! Hast du den jetzt komplett zerfickt einfach? Okay. Hey, hey, hey! Komm schon, Junge! Oh, Mann, Mann! Nice! Ich hasse diese roten hier! Die überleben immer den ersten Angriff! Das ist so facke! Boom, 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 boom! Das ist so geil! Das krieg ich erst den Tag bei uns, wie die Endpläne! Einfach richtig schön draufhalten! Boom! Hui! Es gibt einen Zugangspunkt zu den Lüftungsschächten voraus! Ich gebe die Position durch! Hab sie! Los und weiter! Komm, ein bisschen Beeilung hier! Ich habe ein bisschen Tempo am Tag! Waren, waren, kommen wir sprinten jetzt hier durch? Easy! Ich bin der Marathon-Mann! Ich bin schon längst da! Komm schon! Komm schon! Los! Ich werde irgendwie langsam, hä? Ich werde irgendwie любим, dass die Ja Вы坑 in Falle gehen werde! Ich werde irgendwie nie mitnehmen! Ich werde für die Jaap 09. Gideon, die Klinge in! Ich werde dich wohl im Kaffeln! Ich werde dich wohl im Kaffeln! Ich werde dich wohl im Kaffeln. Ich werde mich wieder aktivieren. Ich werde mich wiederholen. Alter, wir werden doch hier lebendig gebrutzelt. Ey, das hört sich grad tot übertrieben auf der Headset an. Alter. Schieß alles drauf, was du hast. Schieß auf die Hand, Wiesel. Ja, blablabla. Ich schieß doch drauf, was ich habe. Ich schieß doch drauf. Das war's. Mitchell, halt durch. Geschafft. Der Staat ist verhindert. Ich bring dich hier weg. Halt nur durch. Halt nur durch. Halt nur durch. Was macht denn der, Alter? Warum handelt der so mit der Pistole rum? So, wenn ich andrücke, so bam, so irgendwie nach, so 10 Meter nach oben. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Halt nur durch. 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 Was der Atlas herausfordert, gibt es keine Kriege mehr. Es musste Opfer auf diesem Weg geben. Ja. Das haben schon viele Kranke Penner in der Geschichte gesagt. Sie wissen nicht, dass wir den Staat verhindert haben. Dieser ganze Bau wird über ihn zusammenbrechen. Ich hätte dich im Gefangenenlager töten können. Ich könnte dich jetzt töten. Aber ich tue es nicht. Ich bin kein Monster. Mitchell, versuch dich aus dem Exo zu befreien. Okay. Jetzt mich! Es funktioniert nicht! Keine Zeit mehr. Wenn ihr entwischt, war das alles umsonst. Geh! Jetzt! Okay, und wohin? Ja, wo muss ich denn hin? Ach da. Okay. Ach das, ey? Immer weiter! Ja, ich bin voll auf dem Weg. Ihr habt dich gleich. Was zum? Oh, je. Nein, verhalten! Mitchell, zieh mich hoch! Ich lass nicht los! Du musst dich hochziehen! Mitchell! Mitchell! Es gibt zwei Möglichkeiten. Du ziehst mich hoch, oder der ganze Bau stürzt ein mit uns drin! Mitchell! Was tust du denn? Was tust du? Mitchell! Mitchell! Ich gab dir den Arm! Mitchell! Ich gab dir eine zweite Chance! Mitchell! Ich gab dir eine zweite Chance! Ich hab dich, Kumpel! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Es konnte immer nur ein Ende für ihn geben. Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Eins hatte seine Augen geöffnet. Er sah die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und dachte, er hätte die Lösung. Wenn er sie wirklich gefunden hatte, dann hat er sie mit ins Grab genommen. Wie jetzt? Das war's? Ich dachte, es kommt doch irgendwie so eine fette Cutscene oder so. Wie sie es da rausschaffen aus dem Gebäude. Er ist dann einstürzt, zerfällt. Irgendwie voll krasse Militärmusik. Wie entkommen mit einem fetten Helikopter? Nein, gar nichts? Gar nichts? Okay, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit dem Let's Play 1 Warfare. Wenn noch was nach den Quedits kommt, werde ich es hier hinter direkt ranschneiden. Die Quedits dann einfach alle wegcutten und einfach direkt hier hinten ranschneiden. Ja, dann war es das gewesen. Hier wurde es demnächst mit Black Ops 3. Bis dann laut rein und auf Wiedersehen. Tschüss!